hallo und herzlich willkommen zu dummy kompakt mit mir susanne von der hundeschule jagdfieber und heute geht es um voran an einer großen suche vorbei also es geht um die verleitung die man da so hat also kurzer background warum diese frage heute und zwar hat mir jemand geschrieben also immer wenn ihr in der trainingsgruppe jagdfieber seite ist ja gratis da könnt ihr einfach so reinkommen ist eine e mail gruppe da kann man mir fragen stellen und sagen ich habe da eine frage für dummy kompakt und da hat mich jemand gefragt und zwar ging es darum voran mit verleitung an einer großen suche vorbei geworfene verleitung ist kein problem aber voran an einer suche vorbei schon das klappt einfach nicht wenn ich dann korrigiere also zum beispiel freundlichen abbruch mache dann hat mein hund ladehemmung geht einfach nicht mehr raus man sieht deutlich dass er ein konflikt hat was empfiehlst du hier ja und genau darum werden wir uns heute ein bisschen kümmern jetzt sage ich erst mal kurz hallo zu allen die da sind bernadette ist da franziska birgit katrin sabine hallöchen hallöchen und genau trainingsgruppe jagdfieber ich weiß gar nicht genau also www.hundeschule-jagdfieber.de slash trainingsgruppe da kannst du mit dabei sein hallo jacqueline und genau was wollte ich jetzt gerade sagen jetzt bin ich ein bisschen raus und zwar ach so genau wenn du jetzt sagst okay was heißt voran was heißt verleitung warum große suche und warum ist das überhaupt ein problem dann würde ich dir empfehlen auf jeden fall bei meiner gratis trainingsreihe mitzumachen dem dami frühling den habe ich jetzt vor jedes jahr zu machen jedes jahr zum frühling ja ich habe übrigens heute das erste mal schneeglöckchen gesehen ja also bei uns ist gerade frühling ja bei euch ist ja schon sommer aber bei uns ist noch frühling und da kannst du einfach mitmachen und da war kurz ich blende es kurz ein da ja also www.hundeschule-jagdfieber.de slash dami minus frühling und da kannst du kostenlos mitmachen und da erzähle ich dir in drei trainings alles was es so zum dami training zu wissen gibt und vielleicht ist ja jemand von euch die gerade zu gucken ja es gibt ja ein paar zuschauer war jemand beim letzten dami frühling schon dabei das würde mich mal interessieren weil ihm jetzt immer gesagt wurde ja das war letztes mal so schön ich sehe ja ich hoffe es wird besser ich bin nämlich gerade dabei die ganzen vorträge neu zu überarbeiten es wird ein bisschen was weggenommen bisschen was dazu genommen die gwen war da sehr gut genau und am ende von der trainingsreihe vom dami frühling öffne ich wieder mein team jagdfieber und dann darf man da mitmachen mache ich ja immer nicht so oft im jahr und dieses jahr möchte ich leider eigentlich was ist leider nein ich habe gerade eva gelesen eva war leider nicht dabei aber dann bist beim nächsten mal dabei ja bernadette war dabei und sabine war auch dabei sehr schön genau also ich werde dann wieder das team jagdfieber öffnen und ich plane aktuell ist nur noch dieses eine mal im jahr zu öffnen und mal schauen wie es so wird ja das heißt wenn du mitmachen möchtest komm einfach vorbei da die trainingsreihe ist gratis dann lernst du ja dann lernst du mich kennen bzw was ich so mache genau so super dann haben wir das auch durch und noch eine kleine andere geschichte alle die jetzt die schon in meiner trainingsgruppe sind ich habe vor einer stunde oder zwei stunden eine e mail rumgeschickt und zwar es gibt im team jagdfieber immer so eine events also zu ostern zum geburtstag also das team jagdfieber geburtstag hat oder weihnachten und so weiter dann gibt es immer extra aufgaben ja also im team jagdfieber hat man ja aufgaben die man so abarbeitet aber ich sag mal manchmal möchte man ja einfach mal kreativ was anderes machen und damit das nicht so wie in meiner trainingsgruppe ist wo man immer nur eine kriegt sondern so eine reihe hat also ein thema sag ich mal und dann nach verschiedenen schwierigkeitsgraden gibt es halt osteraufgaben oder es gibt weihnachtsaufgaben und geburtstagsaufgaben und jetzt ist ja ostern vor der tür und ab freitag kriegen alle im team jagdfieber die osteraufgaben und ihr habt ihr dann einen monat zur verfügung und da könnt ihr euch so runterladen trainieren wir können in der community darüber sprechen aber genau franziska hat schon geantwortet ich habe mir überlegt ich mache diesmal ein ja eine osteraufgaben suche und ich habe euch eine e mail geschrieben den den ich eine e mail schreiben darf ja und ist ja wegen datenschutz und so weiter darf ich nicht einfach irgendwie irgendwie e mails schreiben sondern ihr müsst mir erst sagen ja susanne darf mir e mails schreiben und dann ist alles gut und katrin hat die oster ja auch schon gefunden und dann also ihr habt eine e mail bekommen da ist eine aufgabe drin so über ostereier ja sowas und wenn ihr die ostereier alle gefunden habt da wo ich ich euch hingeschickt habe dann dann könnt ihr also könnt ihr mir eine e mail schreiben also ihr antwortet sozusagen auf die e mail die ich euch geschrieben habe mit der osteraufgabe und dann bekommt ihr den link zu den osteraufgaben aus dem team jagdfieber ja also ihr kriegt die halt nur von freitag bis montag über ostern ja die team jagdfieber leute kriegen sie jetzt ganzen monat wenn man muss ja auch ein bisschen was dafür kriegen dass man da drin ist und so aber ihr könnt auf jeden fall dann mal mitmachen und könnt euch einfach mal die aufgaben angucken ja deswegen auch falls jetzt hier welche dabei sind die die merkt lieber schon sind ihr habt die e mail nicht bekommen weil ihr kriegt die aufgaben so oder so ja genau und dann gibt es noch eine schöne geschichte mit dem iphone also ich habe eine automatik ja diese dieser link bekommt ihr sag ich mal automatisch noch nicht gleich sondern bis freitag ist ja noch zeit die aufgaben bekommt ihr auch erst ab freitag und diese automatik funktioniert nicht mit dem iphone das heißt alle die mir jetzt antworten und ein iphone haben kriegen nicht automatisch den link ich versuche noch herauszufinden wie ich das ich behebe dass das funktioniert aber es kann sein das heißt falls du schon eine antwort geschickt hast mit dem iphone kann es sein dass du vielleicht in nächster zeit noch eine e mail bekommst mit so kannst du hier bitte noch mal was machen sonst kann ich das nicht schicken ja aber ich bin stets bemüht an das iphone habe ich nicht gedacht als ich die e mail schrieb deswegen aber da ist alles mal ein bisschen anders da funktionieren die automatik sachen nicht so okay jetzt mal ganz kurz noch mal hallo hand hallo kathrin ja genau genau wenn freut sich auf die aufgaben sehr schön sehr schön super okay dann gehen wir mal in die in die geschichte ja okay okay also es geht darum dass es also noch mal kurz ich mal kurz meine stifte holen ich habe jetzt hier nur ein rot ein schwarz ein blau das muss reichen ich habe gar nicht meine kamera angeguckt macht das hätte ich mal vorher machen sollen so funktioniert so gut okay das heißt die frage war jetzt die ja so also die frage war jetzt die x1 d1 voran ja schicke den hund von einem punkt zum nächsten voran einfach geradeaus und hier war jetzt das problem dass wenn jetzt hier zum beispiel eine markierung geworfen wird alles tut die kein problem und macht das hat es verstanden aber sagen wir mal stellt euch vor das ist ein suchen gebieten ist sowas wie ja hier bäume oder so irgendwie so ja und wenn der hund hier schon war sagen wir mal der hat hier d2 gefunden d3 und d4 dann macht er das hier ja das heißt er kann nicht mehr die gerade linie laufen sondern er läuft ja er läuft zur verleitung genau und darum geht es jetzt hier im endeffekt ist es sehr ähnlich zu dem was man trainieren würde wenn man na wenn man wenn das hier eine markierung wäre ja dass der große und also markierung heißt dass man da das dummy wirft der große unterschied hier ist jedoch wenn ihr eine markierung werft ja sagen wir mal so ihr schickt euren hund an diesem hier vorbei dann ist der sage ich mal der schwierige korridor das hier das ist die die stecknackpunkt ja das heißt der hund rennt hin und sagt ja ich kann es hier überlegte und dann geht er weiter das sind sage ich mal zwei meter oder so das problem an einer großen suche ist dass der korridor so groß ist ja das heißt euer hund hat sage ich mal wenn ihr jetzt hier wenn das dummy 40 meter ist hat er 40 meter zeit sich zu überlegen doch in die suche doch in die suche doch in die suche ja das ist dass das große problem an der großen suche dass ich sag mal der hund nicht so einfach sagt so nein ich bin gehorsam ich bin lieb ich bin artig ich gehe jetzt sondern er muss er stellt sich diese frage so hundertmal während er läuft und nicht nur einmal und ich sage mal wenn man sich eine frage hundertmal stellt kann die antwort halt wahrscheinlich auch schlechter ausfallen ja das heißt dass der hund hat einfach mehr ja mehr lust sage ich mal dann doch abzubiegen ja gerade wenn man hier beim voran auch sage ich mal so eine an so eine schwierigkeit kommt ja also wenn ihr sage ich mal sonst voran auf 40 meter habt und das ist jetzt 50 meter oder so dann fängt der hund hier an zu zweifeln und sagt aber aber 40 meter habe ich doch immer bekommen ja und dann fängt er läuft super 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 geradeaus und dann hier fängt an zu zweifeln und dann nimmt er sich doch das ding und das ist das große problem an der großen suche wenn man daran vorbeischickt weshalb man das auch üben muss und genau das muss man halt auch üben diesen langen korridor muss man üben ja das ist halt nicht so punktuell ist und man macht das ja ganz ganz oft dass man eine markierung wirft und voran vorbeischickt aber einer großen suche vorbei das macht man nicht ganz so oft haben wir auch bei den weihnachtsaufgaben gehabt ja alles gut noch nicht nach fragen ob es da liegt oder wind und so weiter ja das kommt da ich erstmal ist das jetzt das problem was wir jetzt hier haben ja und natürlich je nachdem wie der wind läuft wie der wind ist ob das dami da noch liegt wie oft der hund da drin war und so weiter das sind alles die die sache an deren man das dann ändern kann aber fangen wir mal von vorne an das heißt man hat hier sein x mit dem hat man gestartet und hier ist jetzt das suchen gebiet ja sagen wir mal hier ist das dami ich nehme es mal nach da da ist das dami ja jetzt gibt es ja so verschiedene möglichkeiten wo man so anfangen könnte und jetzt gehen wir mal davon aus euer hund hat hier schon gemerkt okay hier kann man suchen das heißt der hund wurde von hier sag ich mal in die große suche geschickt ja oder der hund hat von hier gesehen von hier gesehen dass da jemand durchgelaufen ist und treiben gemacht hat also und da dummies geworfen hat ja gehen wir mal davon aus so wo würdet ihr denn dann anfangen wenn ihr dann das erste mal voran schickt an einer suche vorbei würde ihr bei 12 oder drei anfangen freue man antwort nicht ganz so schwierig die frage das gebe ich euch mal ein bisschen zeit für den facebook lag die 1 ist blind ausgelegt nein der 1 ist egal die 1 kann memory sein blind also die 1 ist ist wurst ja genau drei genau brigitte gwen franziska eva alles richtig genau man fängt erst mal hier an ja katrin würde bei zwei anfangen oder bei drei bei zwei hat man die schwierigkeit dass der hund ja hier schon war das heißt der hund ist ja ist ja eine große suche das heißt der hund ist hier durchgelaufen ja und bring mich nicht so durcheinander wurst nein also hier liegt ein dummy und der hund war hier schon das heißt wenn man jetzt von hier schicken würde muss er ja an dem ding hier vorbei an an dieser hier er muss sozusagen von da nach da ja das heißt der korridor ist der ich würde aber erstmal überhaupt damit anfangen gar kein korridor zu haben gar keine zweifel weil das ist erstmal wichtig oft fangt man fängt man nämlich genau hier an ja oft fängt man genau hier an das problem ist nur man weiß dann nicht woran liegt es hier sondern wenn man hier anfängt ja weiß man ganz genau es liegt nicht am korridor vielleicht kann dein hund ja auch einfach ein problem damit haben dass er vorher zum beispiel eine große suche gemacht hat oder dass dass er dass da so viele leute durchgelaufen das ist so spannend war oder und so weiter und so fort ja und wenn du von hier ist erst mal schickst wenn du das machst dann hast du keine klarheit was ist jetzt genau was könnte das problem sein und es ist ja auch mal ehrlich gesagt gar nicht schlimm wenn es funktioniert ja also sagen wir mal so hier ist an die große suche geschickt und dann geht man hier hin um voran zu schicken und dann ist natürlich die möglichkeit dass man zu x2 geht und dann zu x1 geht ja das ist ja so der 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 standard sage ich mal dass man dann so langsam aufbaut dann kommt nämlich auch das ding was mit dem wind gerade noch gesagt wurde ja das heißt am anfang fängt man nämlich nicht an mit dem wind ja warum sollte man mit dem wind nicht anfangen also das heißt hier liegen jetzt dummies hier ist ein dummy und der wind weht vom wald auf die lauflinie nach auf die lauflinie ja das heißt natürlich wenn der wind so ist wenn der wind vom wald auf die lauflinie weht dann kriegt dein hund ja stetig informationen von oh hier sind dummies oh hier sind dummies oh hier sind dummies das heißt es ist super spannend und super schwierig das heißt darauf musst du dann achten das ist das eine ding ja und das andere ding ist die ich sag mal wie soll ich es nennen die stärke die stärke der großen suche ja genau christina da ist die verleitung nämlich noch größer also erst mal diese erst überhaupt die aufgabe herstellen ja das heißt du machst dein hund macht eine große suche dann schickst du voran wo er gar nicht dran vorbeiläuft dann kannst du gucken okay jetzt gehe ich mal in diesen bereich wo es schwierig sein könnte also dieser korridor geht auf ja wo der hund sich entscheidet wichtig ist jedoch hier dass er sag ich mal raus läuft zum ende ja gehe ich gleich noch mal drauf ein das heißt aber ab diesem zeitpunkt hier musst du nicht nur beachten was wir gemacht hat sondern du musst auch auf den wind achten das heißt willst du schwer machen dann muss der wind aus dem wald kommen willst du es leicht machen dann kommt der wind von der anderen seite oder rückenwind ja frontalwind ist ganz relativ einfach dann wenn es so geht weil dann kriegt der den dami von dem noch im grünsgeruch in die nase und was ich mit stärke meine ist wie hast du diese große suche ausgelegt war das eine du hast die suche ausgelegt während dein hund im auto war dann hast du hier die suche gemacht bis dann dahin gegangen hast geschickt oder hast du denn nun die abgesetzt bis hier durchgelaufen hast das ganze richtig spannend gemacht dann geschickt und dann voran ja das vergisst man hier immer ganz gerne ja genauso wie man gerne den wind vergisst ja deswegen ist aber so wichtig dass man darauf hinweist genau so das sind die drei sachen die man da auf jeden fall beachten muss und ihr müsst halt diesen diesen korridor darf man auch nicht einfach sag ich mal so jetzt machen wir die mal immer größer immer größer immer größer genau jacqueline hat eine sehr gute idee genau als hilfe geht doch auch ein markierstoff fürs training genau das ist nämlich die andere geschichte man kann das war jetzt sozusagen wieder hier die eins ja wieder das suchen gebiet man kann das ziel leichter machen habe falsch gemalt hier ja das ziel wird leichter das heißt entweder man stellt hier ein stapeln sodass der hund von hier sieht okay guck mal mega geil oder man sagt zum beispiel auch das hier also kann man auch alles kombinieren das ist ja das tolle am damit training ja das ist mal ich bin heute ein bisschen tief das heißt dass diese dieser bereich hier erstmal klein ist dieser korridor und dann kann der hund rauslaufen hier kann der hund zeigen okay hier 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 ist er ja safe ja und hier kriegt der hund auch dann selbstbewusstsein und sagt ja okay ich kann das hier ist die ganze zeit zweifel 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 und hier läuft er ins selbstbewusstsein deswegen kann man hier dann auch sag ich mal ein stab reinmachen oder sowas dass man dann noch mehr pusht ja also dass der hund noch mehr sieht am schönsten ist dann natürlich also wenn man das geländemäßig ideal hat dass der hund dann wenn er hier rauskommt dass dann hier sieht ja also dass wenn sozusagen so einen kleinen hügel hoch und dann kommt da hier den kleinen hügel runter und geht am suchen gebiet vorbei und kriegt gleichzeitig noch die visuelle hilfe dass sie jetzt da hinten ist es ja aber ganz wieder aufpassen ja nicht nur immer auf einen stab stecken nicht dass der hund lernt ah ich renne jedem weißen ding hinterher okay genau ja immer die frage mit dem wind genau so ja und dann wenn ihr das hier macht ja macht es immer mal wieder so dass ihr nicht einfach immer ständig nach hinten geht ja macht es nicht immer schwerer 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 sondern geht mal was weiß ich von hier sag ich mal der erste safe dann gibt es den zweiten dann wieder den dritten weil euer hund verbraucht vertrauen und wenn ihr euren hund von hier schickt ja dann hat er hier hat er super gemacht hat er gut gearbeitet und dann sagt man ach dann kann er auch noch mehr aber er hat vertrauen schon ich sag mal oder selbstbewusstsein abgegeben er ist ja schon mal gelaufen und je nachdem wie eure hunde da so sind ja je nachdem wie sehr eine große suche zieht oder wie ein treiben zieht oder was auch immer wie das zieht umso mehr verbraucht ihr in diesem korridor sag ich mal das vertrauen eures hundes in sich selbst und auch in euch das heißt ich würde eher eins drei zwei machen als eins zwei blödsinn drei also ich würde eher eins dann richtig weit machen und dann nochmal kurz als eins zwei drei vier ja auch wenn man sagt dass der hund da immer wer läuft aber das ist also zumindest meine erfahrung ist bei ich sag mal so bei hunden die selbstläufer sind ja bei denen sowas mit der großen suche sowieso kein drama ist ja da kann man das auch die die safe sind im voran das problem ist ja immer wenn man halt einen hund hat der nicht so eben ja ich kann das alles das ist super mega geil ja da muss man dann ein bisschen aufpassen und da muss man vor allem mit dem selbstbewusstsein des des hundes wie viel er denn noch in sich hat sag ich mal immer immer ein bisschen aufpassen okay super sehr schön dann genau da wollte ich genau das hatte ich alles schon gesagt habe ich alles 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 durch dann sind wir heute durch kann man ja kaum glauben habt ihr noch fragen zur großen suche um verleitung und voran und so weiter ansonsten ähm wie gesagt die e-mails mit dem iphone ich muss mal gucken ansonsten wenn du noch nicht in der trainingsgruppe Jagdweber bist und gerne die Osteraufgaben haben möchtest dann komm einfach in die trainingsgruppe und ich schicke dann einfach mal die mail nochmal mal gucken ob ich das irgendwie wieder hinkriege äh Franziska fragt wie oft sollte eine Entfernung funktionieren bevor man den Abstand ändert ähm ich ändere eigentlich stetig den Abstand ja also ich bin ich bin kein Fan davon dass man wie im obedience oder so sagt 10 meter 12 meter 14 meter 18 meter 20 meter sondern ich mache eher so 10 20 15 25 8 so ja es kommt gerade im dummy training auch sehr oft aufs Gelände an und ähm wie der Hund vom Tages sag ich mal vom Tagesrhythmus ist so ob er einen guten Tag hat oder nicht so guten genau aber ich würde die Entfernung ständig variieren damit es eben nicht so ist dass der Hund lernt ah ok voran heißt 15 meter auf ein Ziel laufen sondern alles immer ändern außer das was konstant bleiben soll und das ist deine Hand und das ist dein Voran Ritual und das ist das geradeaus laufen ja ok super dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstag macht beim dummy Frühling mit wenn ihr Bock habt und äh ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder und äh ja ich wünsche euch frohe Ostern viel Spaß viel Entspannung äh viel Training mit den Aufgaben und äh wir sehen uns bis dann tschüss Das war's.